In diesem Video geht es um die Inhaltsangabe einer Kurzgeschichte. Ich erkläre dir die sechs wichtigsten Tipps am Beispiel von Ilse Eichingers das Fenstertheater. Grundwissen Inhaltsangabe, Kurzgeschichte, das solltest du wissen. Eine Kurzgeschichte hat immer eine Kernaussage und die darf in der Inhaltsangabe auf keinen Fall fehlen. Die Inhaltsangabe muss auch deutlich kürzer als die Kurzgeschichte sein. Und meistens gibt es ganz wenige Personen oder Orte und die sind sehr wichtig. Tipp 1. Wähle die richtige Zeitform. Schreibe die Inhaltsangabe der Kurzgeschichte immer in der Gegenwart, wie bei jeder Inhaltsangabe. Falsch wäre also, eine neugierige Frau betrachtete die Straße von ihrem Fenster aus. Und richtig wäre, eine neugierige Frau betrachtet die Straße von ihrem Fenster aus. Betrachtete ist Vergangenheit und betrachtet ist Gegenwart. Tipp Nummer 2. Wenn es um eine Rückblende geht, dann wird nicht das Präsenz gewählt, sondern das Perfekt. Falsch wäre, der Mann unterhielt lediglich einen kleinen Jungen in der Wohnung oberhalb. Und richtig ist, der Mann hat lediglich einen kleinen Jungen in der Wohnung oberhalb unterhalten. Perfekt. Dazu gibt es übrigens auch Videos. Tipp Nummer 3. Reduzieren. Nur die wichtigsten Informationen kommen in die Inhaltsangabe der Kurzgeschichte. Falsch wäre zum Beispiel so etwas wie, weil sich die Frau langweilt und stets nach etwas Spannendem, Interessantem Ausschau hält, sitzt sie auch an diesem Tag wieder an ihrem Fenster mit Blick auf die Straße. Dabei beobachtet sie auch das schöne alte Haus gegenüber. Das ist schon ziemlich lang. Das geht auch kürzer. Zum Beispiel. Die Geschichte beginnt damit, dass eine Frau aus ihrer hochgelegenen Wohnung hinausschaut, ob vielleicht etwas Ungewöhnliches passiert. Tipp Nummer 4. Überschrift. Halte dich ganz genau an das Original. In diesem Fall ist die Überschrift das Fenstertheater von Ilse Eichinger. Und du kannst noch Inhaltsangabe darunter schreiben. Überschriften sollen neugierig machen, nicht zu viel verraten und kurz sein. Aber bei einer Inhaltsangabe hat der Autor oder die Autorin schon diese Entscheidung für dich getroffen. Tipp Nummer 5. Dein Schreibstil. Nimm dir Zeit, um gute Sätze zu bauen. Verschiedene Satzanfänge, starke Verben, aussagekräftige Adjektive und benutze keine wörtliche Rede, sondern wandle in die indirekte Rede um. Auch dazu gibt es ein Video, das kannst du dir hier anschauen. Tipp Nummer 6. Und letzter Tipp. Kontrolle. Nutze deine Restzeit immer dazu, um deinen Text zu prüfen und auf Rechtschreibfehler zu kontrollieren. Und frage dich, ob ein Leser oder eine Leserin die Handlung und besonders die Kernaussage bei der Kurzgeschichte verstehen kann. Deine Inhaltsangabe könnte so enden. In dieser Geschichte geht es um Distanz und die Vorurteile zwischen Menschen. Am Schluss wird alles an einer Stelle aufgehoben, indem der Junge sein Lachen den Polizisten ins Gesicht wirft. Zusammenfassung, Inhaltsangabe, Kurzgeschichte Schreibe im Präsens, Rückblicke im Perfekt, reduziere auf die Kernelemente, vergiss die Überschrift nicht, schreibe sachlich, nutze indirekte Rede und kontrolliere deine Fehler. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal.